Herzlich Willkommen zur neuen Folge Garten-Irtümer aufgelöst. Heute widmen wir uns dem Thema, Sträucher müssen zum Ende des Jahres geschnitten werden, damit sie nächstes Jahr wieder blühen. Die Saison hat sich ja dem Ende genähert, der Herbst ist rum, der Winter ist da, die Pflanzen haben ihr Pulver verschossen, alle kräftig geblüht, pralle Früchte getragen, und jetzt gehen sie natürlich in die Winterruhe. Wir als Gärtner haben ja jetzt natürlich die Möglichkeit, alles wieder ordentlich herzurichten. Und die biologische Uhr für die nächste Saison können wir jetzt auch neu stellen, so meist der Gedanke, wenn es um Schnittzeitpunkte oder Schnitte allgemein an Sträuchern geht, die zum Jahresende noch geschnitten werden wollen, sollen, müssen, wenn es doch nur so einfach wäre. Die Natur setzt sich nämlich ihre eigenen Regeln, und die hat sie sich nicht nur ausgedacht, sondern sie folgt einfach ihrer eigenen Logik, und da können wir Gärtner wenig gegenhalten. Die Natur hält sich nämlich an feste Abfolgen. Welche das sind? Einmal gibt es nämlich die effektive, oder sagen wir mal, der effektive Einsatz der Kräfte der jeweiligen Pflanze spielt natürlich die entscheidende Rolle. Denn Sträucher leben danach, erst mal blühen zu wollen. Das ist nämlich der Höhepunkt des Jahres, und alles muss sich darauf ausrichten, damit die Blüte perfekt aussieht, dass viele Insekten sich darauf niederlassen und überhaupt erst mal auf die Blüte aufmerksam werden, und die Bestäubung läuft wie am Uhrwerk. Im zweiten Schritt erst reifen die Früchte. Da richtet sich das Interesse der Pflanze eher darauf, im nächsten Jahr alles wieder gut aufzubauen und alles anzusetzen, damit im Jahr drauf die Blütenfolge wieder stimmt. Also wird alle Energie mobilisiert, um Blütenknospen zu bilden, beziehungsweise die, die schon da sind, zu regenerieren und zu schützen. Was wir daraus lernen, ist, dass letztendlich der Schnittzeitpunkt von der Blüte Zeitpunkt deines Strauches abhängt. Dazu gibt es zwei Faustregeln. Die eine ist nämlich, dass Sträucher, die im Frühjahr blühen, sollten nach der Blüte geschnitten werden. Die Zweige der im Sommer blühenden Sträucher dagegen, die bleiben dran und werden erst im nächsten Jahr gekappt. Daraus erschließt sich, dass man oder dass du nicht in einem Rutsch alles durchschneidest, sondern wirklich darauf achtest, welcher Strauch wie blüht und dafür führst du am besten ein Gartenbüchlein. Zu den Sommerblühern, da kennen wir ja einige, das ist ja zum Beispiel der Schmetterlingsstrauch oder die Blauraute, die Sommerspieren, die Bartblume, der Fingerstrauch oder auch die Besenheide. Die schaffen es nicht, noch im gleichen Jahr Knospen nochmal anzusetzen, sondern da erfüllt erst die nächste Generation diese Aufgabe, nämlich die Jungtriebe, die ein Jahr später wieder erblühen sollen. Daher muss man im Frühjahr schon das Holz auf die gewünschte Höhe kürzen, damit der frische Austrieb, also die einjährigen, neu austreiben können und neue Blüten bilden. Die andere Sorte sind die Sträucher, die im Frühjahr blühen. Die tragen nämlich schon die Knospen aus dem letzten Jahr und daher wäre es fatal, wenn du die im Winter abschneidest. Das sind zum Beispiel Forsythien, Felsenbirne oder Zierjohannisbeeren, die noch im Mai oder Juni bereits Blüten bilden, wie zum Beispiel Pfeifenstrauch, Deutze oder Weigelie oder Kolquizien, das heißt unsere gängigen heimischen Gehölze. Schneidest du die im Winter, beraubst du sie praktisch ihres Blütenschmuckes im nächsten Jahr. Von diesen Regeln gibt es nur ganz wenig Ausnahmen und das sind einfach Sträucher, die man am besten sich selbst überlässt und nur wirklich kranke, trockene oder wirklich wackelige und alte Triebe rausnimmt. Dazu gehören nämlich die Magnolien oder der Fächerahorn, Hartriegelsorten, Zieräpfel und Zierkirschen. Die Hortensien bilden nochmal eine Sonderrolle, aber da schau einfach in dem Kapitel Hortensienschnitt in dem Podcast nach. Da habe ich erklärt, welche Hortensien wann geschnitten werden sollen. Deswegen sind wir Hobbygärtner oder Gärtner im Allgemeinen daran gehalten. Genießt den Farbenreichtum des Herbstes und sich dann einfach auf die Winterruhe einstellen. Wenn es dann im Frühjahr wieder losgeht, dann können wir wieder die Schnittregeln beachten. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Differenzierung, wann welcher Strauch bei dir blüht, damit du die entsprechenden Schnittregeln befolgst für mehr Blütenreichtum und einen magnetischen Garten. Möchtest du nicht mehr alleine durch deinen Garten schnippeln, dann komm doch in meine kostenfreie Garten-Community für mehr Austausch, Inspiration und gemeinsames Werkeln im Garten. Ich freue mich auf dich. Deine Gärtnermeisterin Yvonne Untertitelung des ZDF 501 Vielen Dank.